Hell, I'll bring to anything! Ja, ich glaub, Chuck muss dann erstmal ne Runde warten. Und wie, ich vergleich's jetzt schon wieder. Das geht's doch nicht, aber... Ich versuch mal, den das Dings vergleich zu kaufen. Seine Hotel. Ich würd gern die Thompson behalten. Ich wundere, wenn ich bei dir da so komme. Oh ja. Die steck' ich schon jetzt ganz schön ein. 104 Zombies. Ja, SPN, die Waffe sieht ja eigentlich gut so geil aus. Die Standardpässe meine ich damit. Keine Ahnung. Ich find die bei Black Ops 1 übelst hässlich. Die M19 ist eigentlich... Geiz da. Standardwaffe. Ja. Ja. Und dann machst du den Gonzali punchen. Mhm. Dann geht's richtig ab. Ich punch ja eigentlich sowieso nur in Creve. Sonst so, wenn ich Survival spüre oder so mach ich... Dann nehm ich mir lieber Punktewaffen. Äh, bei... 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 총... ist gleich leer da liegt irgendwas, ja ok, ist da ich hab noch ne Nuke, den ich auch mal nicht doch nimmer, sind nur 50 ja und, hab ich noch Punkte ich hab dich wieder auf Tim ich hab gar ja ja klar, ich hab toll gemacht das ey, brauch mal Punkte no die Bunde oh jetzt will ich ihn neifen, wenn es da weg ist ey, bin ich doof ist gestorben deswegen ich will ihm sagen, ich hab irgendwas aufgehoben ein Hammer oh, ne 8 Zombies so äh, bei mir sind keine hinter dir, hinter dir na ja, eine Granade Alter, wie lange bist du da mit de ne Hand rumgelaufen oh mein Gott, nicht lang hast du noch eine? äh, ja, hab glaub ich nur noch eine aber das ist ganz schnell, jetzt haben wir hinter mir na ja dann aber ich hab nen Crawler geschafft was ja so ich werd mal da hinten jetzt, äh, die 5000er in der Hotel da wenn's ja mitkommen hm, ich hab mein Scott Chuck na genau der komisch hoffentlich der Crawler jetzt nicht aber es ist, ne nicht das Hotel das ist auch die Toms an der Wand angewend bei der Küste und Teleporter so, hier ist nix toll, 5000 hier ist ne Tür die wenn du durch das Fenster guckst, dass du dann im Boden reingucken kannst hier ist ne Tür die 3000 kostet und die ist die MP40 ok danke ähm ja, das ist nur eine Tür die du kaufen kannst geh da mal oder ich kauf die mal irgendwie haben die Benzinsellen hier gar keine Textur hm ja springt da jetzt auch nix also das Haus hat gar nix gebracht ähm da war nur ne Waffe drinnen schaffst du das zum Spawn zu laufen? weil ich hab will den Teleporter ja aktivieren äh welchen Teleporter? also zum Spawn soll's einfach nur gehen da ja ich kann auch n Teleporter gleich aktivieren hm ich weiß nicht ob ich warte ja warte dann ja gut, kauf ich die Tür erstmal auf ich renne mal ey ja das musste ich schaffen und dann kannst du ja gleich dein aktivieren dann ok wenn du schaffst dann bleib ich hier ja schaff ich alright nice oh Hammer da siehst du wo du es teleportiert na ich stand ja auch im Teleporter-Sitzer oh Hammer oh Hammer gut so Nitzel kann man nix machen mit dem hier? ich glaub das jetzt nur wenn du total viele Zombie-Horn mit dir hast dass du dich dann teleportieren kannst und dann hab ich dann auch nur mit den anderen drei Teleporter na gut, ruhig mal da hinten na genau dann kann ich ja noch die Dings auch machen die ah nee, die ist ja jetzt auf das Hotel ist jetzt auch auf Box 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 2.000 haben wir die letzten schon auf? nein glaub ich nicht also gegenüber dem Hotel ist auch so eine Tür aber die geht nicht auf fahrm auf fahrm auf fahrm auf teddy muss irgendwas drin sein muss irgendwas sein was bringt es ja steht hier komm mal her steht irgendwas dran nur seite oh ja was ist das hier naja genau äh etage dritte dritte vielleicht drei ja ab zur dritten etage machen wir mal auf am besten mal gucken so weit laufen hier ist auch noch eine tür hier unten braucht ich komme nicht durch wir sind anwes weil die gab es früher eigentlich noch gar nicht also hat man nicht stehen und hier ist es gar nicht drin oder gar nichts das bloß noch halt eine tür so eine eisentür wo es nicht lang geht ja und hier wenn du hier hoch ist und dann kannst du halt reingucken und hier ist halt gar nichts also stehen entweder man sollte irgendwie das ist ein öffnenes teil die hat 5000 kostet what the fuck nein ich war nur näher um 45 hier könnte man eigentlich auch unten laufen hier ging es ja nach unten ne gehst du diesen tunnel da unten hin die kostet bestimmt eh 2000 tun gleich umdrehen wetten 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 ach fuck ah hier waren wir schon mal letztens aber da gibt es auch irgendwie nischt oh der lag das ist eine waffe äh da ist die st st nach unten glaub ich ok na egal machen wir mal zwei runden hier ein bisschen punkte so überlegt gerade ob ich mit dir da laufe aber kann es machen ist ja nur platz dort christi thompson okay laufe schon mal vor okay ich schon mal a headshot run run ach emmo schaffe ich bestimmt so na wie laufe ich denn hier na ich werde mich mal einfach hier wieder im hospital hinstellen und die abfangen oh mein gott sparen da viele am fenster ich hasse es diese diese neuen schnellen zombies da kann man nicht zielen und schießen weil die dann so schnell aufholen die weg jetzt die btw vor die fermer sich aber wenigstens echt so an und ich bin da machen wenn ich nicht rausskomme Ok. Ich hab noch fast nicht drinnen. Oh, fast gestorben. Ne, ist in New York. Ne, ne nicht. Außer du musst ihn nehmen. Scheiße. Warte, krieg ich rein. Äh, holen sie mir. Mit wann? Ich kann nicht reinkriechen. Ja, Alter. Ich sag's nicht. Hat der mich jetzt so doof gefasst geleistet, ey? Ich weiß nicht, da kommen ganz viele aus dem Hospital. Ey, Alter, ich will doch noch nur vorbeilaufen, man. Kommt doch auch einer. Fuck, es wird nur steil. Na, überleb' einfach so. Ich glaub, die ist schon weg, oder? Nö. Oh, eckli ist schon ein Schnitzel, ja, ne? einmal getroffen und drei schuss auch jetzt wollen auch noch köder mit wo ist der köder komm her allein läuft er es kommt nur einer kommt nicht nach der waffe die sauer Was ist denn? Ach, wir sind die schon mal down. Jetzt haben sie sich nur einfach zu handeln. Spawnen immer noch da drinnen. Oh. Jetzt wurde noch einer. Verarsch. Du musst auch in der Falle aktivieren, ne? Mhm. Da ist vorhin noch einer, aber nicht wahr. Wie ist das vorhin denn hier? Oh, der wäre einfach nicht verrächtigt. Bringt das was, das Springen bei Hunden? Naja, beim Springen bist du sowieso schneller als normal. Kann ich mal zeigen hier vielleicht. Wobei. Ich bin ganz schnell zusammen, ich weiß nicht. Ob es da vorhin nicht zu sehen ist. Wenn ich jetzt normal laufe, würden sie mich fangen. Ja. Äh, bin ich gleich schnell wieder. Gut. Ich hatte doch schon wieder einen Törer. Ah, das ist ja. Hier kommt noch ein, wenn ich verarschne. Boah. Nicht gegen eine Laterne rein, da kommt noch einer. Wollt ihr mich verarschen? Wie ist das Spawning hier so viel da? Ich lass nochmal hier rein, dann. Hinter dir. Spot noch einer da, links von dir. Auf links lang. Fuck. Jetzt musst du zu Türen kaufen. Wo denn? Ah. Das ist eigentlich gesperrt. Das. Nein, 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 nein. Oh, holy fuck. Oh, holy fuck. Oh, holy fuck. Oh. Was du Glück, Alter. Was geil. Oh. Was du Glück, Alter. Haha. Wo getankt? Wo getankt? Haha. Ich hab dir gedacht, ich käme da hin. Ich hab dir raus. Haha, voll falsch. Da sind aber nicht 6-Zombies. Cool. Ich hab ja nur 11-Zombies. Ich hab ja auch nicht 6-Zombies. Was ist denn da? Ich hab noch eins, hab ich gesagt. Das ist aber wie noch 10. Minus 4, ok. Jetzt steht der Minus. Oh nein. Ich glaub das war wegen die, wegen die Hunde. Ah, kann sein. Vorgegen Auto gesprungen. Aber meine Katze will bestimmt jetzt auf... Verpiss dich Katze. Geh weg. Komm ab. Minus 11, yeah. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gut geschrieben werden. Nächste Runde. Ich hol mir mal Quick Revive. Falls du jetzt stopst, ohne Chuck. Falls es überhaupt eine gute Idee ist, hier einen Quick Revive zu holen. Oh, ist doch knapp. Ah, die Killers bauen schon wieder. Ich hab hier inst Kill. Nehm ich jetzt einfach mal. Nehm mal genau. Na bei mir ist es. Und gespunnt. Störbund. Danke. Selber mein. Victory. Ah, das ist ja nicht der Fall weg. Oh, das ist ja nicht der Fall weg. Ah, das ist ja nicht der Fall weg. Ich glaub nicht, dass du da grad ammo holen würdest. Yolo. Ich traine die mal weiter. Nein. Er muss leer und er hält mich fest. Ich traine mal weiter auf dem Parkplatz, ne? Kommt die hier drinnen nur von vorne, oder was? So gut wie hier. Ja. Außer wenn jetzt welche, hast du dir rennt von mir. Oh, Körder von mir. Oh, ich sterbe jetzt. Den Hund glaub ich. Und warst du nicht. Okay, er ist gestorben, der Hund. Spawnt noch einer hier zu trennen. Okay, Paule. Ja. Warte, komm zu dir. Pass auf. Ich hab keine Munition mehr, also. Ah, ich muss auch noch mal schnell Muni holen. Ja. 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 Ich hab' ihn 30.000 Bumdauer. Ja. 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 Wir Zeiten Important. Ja, da ist er noch. Wo haben sie gerade leihen? Johhn. Da ist er noch. Oh, der ist ein Fall. Woah. naucflüstte erohlen so viel. Nein, weil er mich wieder festhalten konnte, da ist auch irgendein Perk, Power-Upper, scheiße, nur Doppel-V1, ach man, weil der wieder von irgendwo her kam, man darf hier echt kaum schießen.